Du kannst einschalten, ne? Einschalten? Ja, was du willst? Machst du? Okay, los. Jetzt los, ja. Okay, dann mal. Gestern kam es in den Nachrichten. Ich konnte es nicht glauben. Jede Menge weinende Fans. Die DVDs, CDs und Platten kaufen. Musik, die sie schon lang vergessen hatten. Prinz ist tot. In 57 Jahren. Prinz ist tot. Ich gehe traurig in den Keller und lege die alten Platten auf. Singe laut und textlicher die Songs, die eigentlich vergessen waren. Von dem Idol meiner Jugendzeit. Prinz ist tot. Jetzt will ich die anderen aufhauen, ne? Bei dir geht's, ne?